Willkommen zu T&A, wir sind da! Ich bin Joffnir, ich bin Nadine, die Suhrer, den Vlog. Guten Morgen, wir sind mal wieder am Strand spazieren, am frühen Morgen. Heute sind wir ein bisschen länger im Bett liegen geblieben. Heute war es noch nicht. Halb fünf, äh halb sechs, halb fünf, haha. Ähm, ah. Jetzt ist es, ja, ich halb sechs, äh, ich halb sie und heute laufen wir, gestern sind wir den Weg gelaufen bis dahin und heute laufen wir den Weg. Mal gucken, wie weit wir kommen. Weil wir müssen ja noch rücklaufen, so was so. Ja, waren wir wieder brav und feinsten, haben wir wieder bei uns schlafen lassen, nicht reingemacht, kein Blödsinn gemacht, keine Ahnung, was wir zuhause falsch machen, aber ja, sie macht sich hier einfach viel besser. Aber sie wird langsam warm, das ist ja auch immer nicht so artig, hat sie ja merkt, umgeklebt, als vorgeklebt. Jetzt sind deine Schuhe nass, toll, weil du unbedingt da drüber gehen wolltest. Bin ich nicht? Ja, warum bist du denn nicht mitgekommen? Weil ich schon vorher abgegangen bin. Daniel joggt jetzt mit Lea, Lea liebt das Rennen, hab ich schon vorgelaufen. Und ich, ich laufe hier ganz gemütlich. Ah, hab den Sonnen und Aufgang. Ach, ja. Oh, Lea wartet auf mich. Hat nur mal ganz kurz geguckt. Jetzt gehts weiter. Schade. Ja, ich weiß. Aber wir sind jetzt gerade noch mal einkaufen. Süße? Ja. Was machst du? Ich krieg das frei. Wir sind gerade noch mal einkaufen. So wie jeden Tag. Wir überlegen noch was wir machen. Nein. Eigentlich wissen wir schon. Also wir überlegen noch was wir machen. Also was zu essen, oder was meinst du jetzt? Also wir gucken uns heute, dass wir die Sandbogen sind. Ja. Womel? Das ist von 11 bis... Das ist fast logisch. Was ist das? Das ist gleich mit 11. Ach so. Das ist 3 Viertel. Äh, da müssen wir aber weiterfahren. Wir sollen in die Stadt fahren. Sicher? Ich weiß nicht, was das ist. Ne, da wo wir gestern waren, da wo dieser Pieselhof ist. Äh, dieser, äh, dieser Steg. Da würde ich sagen, ist der uns. Keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Ne, da müssen wir auch noch eins. Nochmal kundig machen. Und dann war noch eh ein Tag. Hafenfest. Ach ne, der Hafenfest ist der schon. Am 6. und dann bis zum 8. ist der. Mhm. Ja, er wird doch schon da sein. Der wird auch da sein, ja. Dann müssen wir auch mal hingucken. Kann man heute auch mal reingucken. Und Bibelchen kann man auch nicht mitnehmen. Doch, das ist nicht drin. Tschüss, auch so. Es wird die Kunde sein. Und da ist aber auch Hundestrand, Schatz. Ja, das mag ja Sinn, aber wie viele Leute sitzen? Ja, das halt. Ja, wir müssen noch mal reingucken. Da können wir auch noch mal reingucken. Ja, wir müssen noch mal reingucken. Ja, und jetzt gehen wir erst mal einkaufen. Und dann überlegen wir noch was wir mit dem Internet machen. Wir haben momentan Probleme mit dem Internet. Wir machen das jetzt. Nein, da ist kein Internet. Na ja, außer Samstag, Samstag lief es bis Sonntag. und wir laden eigentlich fast alles nur mit dem handy rauf, aber unsere datenvolumen sind natürlich schon dafür drauf. ich bin diejenige die gerne abends einfach mal eine halbe stunde bei tiktok einfach so, ich kann nicht mal tiktok benutzen. was mich jetzt nicht stört, aber ich meine wir sind ja hier im urlaub, aber wenn du dann schneidest und ich dann halt mein alles fertig gemacht hast. na jedenfalls hat man erst ein überlegen gemacht, aber es funktioniert halt nicht so, naja bevor wir schon machen sollen. übrigens essen wir heute mit Kartoffeln und Kork. lecker. hundschmied, klaus, böse. hat der gesehen. ich meine ich muss jetzt eine pause drücken. so, wir sind nicht hier auf Ort. mal gucken wir uns so ein bisschen rum. was ist hier schön es gibt. ja lass uns doch mal reingehen. wir sind gleich am probieren. das ist deines favorit. ist jetzt sehr locker. ist ein einheitsgrösser. ist ja auch so locker. ist ja windig. naja, das ist, äh, ja. eins, aber meins ist einfach nicht so. naja, es geht so. ich finde es nicht so. und jetzt kommt so meine. mein favorit. dann zeig mal deinen favorit. naja, das war irgendwie. das ist dein favorit. ja, okay. das war irgendwie grad schöner aufgezogen. sowieso. ist ja grad schöner aus. okay, das lassen wir mal. also das ist das. absolut gleich. nein. warte mal, das ist jetzt in der favorit. ich denke, das sieht nur so scheiße. nein. das sieht auch nicht aus. da brauchst du ja das andere nicht anprobieren. das ist genauso. nein, das ist ein anderes, Schatz. okay, ich weiß nicht. ich glaube, du weißt nicht, was ich meine. doch, ich weiß nicht. das ist ja ein anderes kleines. ich find das am schönsten. ich find's schade. ich find's schade. naja. ich hab ne Hose an, Schatz. ja, ich weiß. ich find's für mich. hm? hab's schon besser gesehen. gefällst du nicht? nein. dir gefällst du nicht? okay. so, du, du zeig mal kurz, was du geholt hast. ja. weißt du, wir haben jetzt ein paar Silvanierer geholt. die zwei. für uns. für uns, klar. ja, das ist nun was. die anderen geholt haben alle. alle. naja. also, wir haben immer Magnetengehüt. wie immer. für unseren kühlschrank. ja, für unseren kühlschrank. den haben wir nämlich, haben wir nämlich, ganz verweich. ja. und was hast du denn keinen? ja. 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 das bernsteintal. ist echt schön. schick. und jetzt gehen wir mal am schrank runter. in das ist, ähm, Sandburg bauen. so. hm? natürlich sind wir mal essen. am essen. eigentlich wollen wir es mal einkaufen. du wolltest nur einkaufen. aber sind wir eigentlich wieder, nein. also eigentlich, eigentlich wolltest du mit dem Bus fahren. ja. das ist der letzte von hier aus mit dem Bus fahren. und du hast immer gelogen, das Stück ist immer gelogen. oder so. das Stück ist immer gelogen. süß. das ist ein Stück. ja. dann brauchen wir den Bus. 20 Minuten. ja. und dann musst du auf die Warte sein. die du auf den Bus wartest. die du auf die Stunde kommst du nicht. hm. das ist wie so ein kleiner Park. ne? ein Park. ne. genau. wo wir jetzt hier sind. da auch noch. ja. 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 hi Fans. weih Mmm. Ja genau. also wir waren eigentlich einkommen. jetzt wird sie direkt weg. genau. und es ist sehrwindig. ich hoffe man hört das. ja. auch dann.. ownsau ist. diese sandburgen, die waren noch nicht fertig. die waren noch ziemlich gut... An Anfang . ja. ja. also das heißt. An Anfang war mittendrin, aber man hat noch nicht gesehen. Außen entstand ziemliche Menschen drum rum, lässt sich nicht besser. Lesen sich leiderativ nicht f流chen. Das ist erst 150 Meter nach der Linkstraße der Rundestraße. Villa, Antje, Antje. Sehr gut. Das ist ein Name. Die haben viele Namen. Ich bin fein. Ich will es Anni schicken. Anni, Anni will ich es dir schicken. Wie witzig. Tja, wir sind einfach stolz, was wir machen. So weit werden wir uns nicht wegfahren, weil das andere werden wir verbinden können. Ja, da fahren wir nicht alleine hin. Ja, das geht nur eine Stunde. Höchstens anderthalb. Ja. Weil jede halbe Stunde wäre vier Euro für die Person. Vier Euro für die Person. Ach so. Noch teurer. Noch teurer. Na ja, und dann wollen wir das mit etwas anzuwenden, wenn wir da wirklich vorbeifahren. Ja. Aber trotzdem müssen wir tanken irgendwann mal. Wir wollten ja nur noch mal nach Bergen fahren. Wegen? Tanken. Nur wegen tanken. Ist gut. Na, ich dachte, wir haben jetzt noch mal Streit hinzufahren. Ja, wir haben uns überlegt, noch Streit hinzufahren. Wir haben uns auch gedacht, dass wir, wir wollten eigentlich auf so einer riechen. So, wir haben jetzt den Tisch hier hingestellt, denn es regnet draußen. Das ist noch ein Bette schon geschehen. Nein. Äh, wir waren gerade baden. Oh, jetzt wird es wieder Heiler schreit. Und es hat aufgehört. Können wir jetzt eigentlich rausgehen? Wieder baden. Wir wollten gerade rausgehen und, also wir waren schon im Wasser bis zum Knien. Ja, bis zum Bauch so. Ja, und dann hat Daniel gesagt, er hat es donnern gehört. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen kein Risiko ein, also gehen wir raus. Wir sind rausgegangen. Dann hat jetzt das angefangen zu schiffen. Und da unser Internet noch nicht funktioniert, also es ab und zu funktioniert es zwischenzeitlich, aber schlecht. Also werden wir jetzt zocken. Warum nimmst du so viel Elektronik mit? Okay. Ja, deswegen haben wir das jetzt hier hängen gelegt. Also das mit dem Sandbogen bauen, ist echt total für den Arsch gewesen. Jetzt, wenn es so regnet, oder wenn es so doll geregnet hat. Jetzt mal gleich nochmal meine Haare machen. Und jetzt zocken. Wir gehen nochmal spazieren. Es war schon halb sechs. Wir haben jetzt noch gezuckt. Und jetzt überliegen jetzt hier. Quallen. Quallen. Jetzt war das. Quallen. 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 Wir werden an den Strand gesprüht. Das sieht zwar sehr schick aus, aber ist doch schön traurig. Ja. Ja. Schicks wollte ich jetzt auch nicht kurz sagen. Ist so wie es ist. Schicks wollte ich jetzt auch nicht kurz sagen. Ist so wie es ist. Kann ich sagen. Schick auch schön. Schick dich da alles. Ja. Das glitzert schön durch. Du hast die Sonne. Ja. Wolltest du das sagen. Freut ich. Hatte ich ja. Versucht. Versucht. Oh Gott. Das geht unten. Ach sch. Ich fange nur anscheinend. Ich fange nicht an. Ich fange nicht an. Hi. Ich fange mal hier. Ja. Geh mal hier. Ja. Also wir sind jetzt zwar immer noch gern, aber nicht dort, wo die sind. Ah hier ist auch eine schöne Sandburg. Hat sich schon mit viel Mühe gegeben. Ja da hat sich schon mit sehr viel Mühe gegeben. Ja. So. Definitiv. Wir gehen auf jeden Fall noch bis dahin her. Mal sehen wie weit wir kommen. Mal sehen wie lange die Süße durch hat. Ja wir waren doch schon bei den Schrankkläben. wochen wir vom rum m blushen. Nein. Oh guck mal. Na mit Brücken. Guck mal, da ist ein Wal. Nein, ein Delfin, bitte Schösser. Das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Was? Vom Gesicht her, hier ist die Schnauze, Auge, Auge, Nase, Mund. Das muss da oben sein, wenn man weiß nicht. Wie feine Vögelchen. Nicol? Fein! Oh, ist die Wege, ich bin fein. Schatz, sie genießt das. Die läuft. Die paddelt halb und läuft. Na, wenn ich komme, rennt sie gleich weg. Na, lass da drauf. Wie so ein Känguru. Na, los, ab. Oh, hier wird steinig. Fertig. Na ja. Kann doch noch kochen. Aber fertig für heute mit dem Vlog. Stimmt. Bei uns passiert heute nicht mehr viel. Wir wollen heute nicht einmal baden. Klar. Ja, aber nicht so richtig baden. Und so. Ja, wir wollten eigentlich noch mal. Aber na ja, morgen. Sind doch die Woche da. Ja, wir werden das jetzt den Abend noch genießen. Mit Päckertotten und Quark. Genau. Was in den Hintergrund hört, ist so die Päckertotten. Ja, aber mir passiert heute auch nicht mehr viel. Ich hoffe, euch hat der etwas kürzere Vlog als die anderen Tage gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann lacht. Auf einfach. Ihr seid nicht mehr uns. Wir sind bei euch.